... ... ... ... Ja genau Dann macht ihr dieses Jahr oder nächstes Jahr? Dieses Jahr. Dann könntet ihr euch für nächstes Jahr bewerben. Oder du kannst eine Praxisphase im Ausland machen. Da würdest du dann zum Beispiel an einem anderen Fisman-Werk hinkommen, was wir haben. Das wäre dann so für drei Monate. Wir vermissen sie auch nicht. Ich glaube, dass wir die Stau wieder rein. An sich macht das halt wirklich alles alleine. Das kommt mit unserer Zeit in der Übung. So, wir stellen uns jetzt mal mit dem Wasser. Einmal in den Wasserstrahl. Die Stähle darf jetzt nicht mehr angepasst werden. Alles gut. Ist ja kein echter Faktion. Du kannst aber mit dem Wasserstrahl den Finger des Strahl. Und dann tut weh. Genau. Lass uns recht zu machen. Welches sind die gleichen 45 Grad? Kommt mit der Zeit. Keine Unbehorbe. Kommt wirklich mit der Übung. Alles gut. Du setzt mich bis zum Anschlag. Es reicht nicht. Ich darf mal gerade. Bis ungefähr schon zur Mitte. Wenn du merkst, du hast getroffen. Vom Tiermarken schon nicht. Der Arm ist dafür ein bisschen blöd. Selbst viele, die schon Erfahrung haben, kriege ich mich immer gut. Sozusagen. Also, du hast nichts falsch gemacht. Das ist aber wirklich dieser Arm ist ein bisschen schwierig. So. Nimm dir mal ein Röhrchen. Richtig ist egal. Machst du einfach mal. Genau. Du musst dich ranstecken. Du musst gleich drehen. Genau. Und dann kannst du rum. So. Dann kannst du rum. Dann kannst du rum. Es kommt gleich nichts. Aber ist. Überhaupt nicht so gut. Immer ruhig weiter. Das ist richtig. Und weiter raus. Das ist an der Pfiff. So. Hast du gehört? Ja. Jetzt kannst du nicht mal weiter zu. Mach einmal das Röhrchen ab. Genau. Was hast du gehört? Ja. Ja. Dann kannst du den gleich gehen. Boah. Ganz übertreiben. Ich bin dafür. Ja. 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 Alles gut. Ja. Bei den Miederlass und die Sympathias fährt, ne? Die sind ja überall unterwegs.